Musik Eine junge Crew von fünf Leuten in ihren ersten eigenen vier Wänden mit ganz bestimmt mehr als nur drei verschiedene Ideen, wie das Zusammenleben aussehen könnte Das und noch viel mehr gibt es hier. Herzlich willkommen zu meiner ersten eigenen Wohnung Musik So, da wären wir. Ikea-Pratle. Die Kandidaten sind auch hier. Hallo zusammen. Hallo. Gut angekommen, gut hergefahren, unfallfrei. Ja, sehr gut. Was darf auf keinen Fall fehlen für dich, wenn du aus der Ikea raus läufst? Eben einen Schrank, damit meine Kleidung drin machen. Das dauert nach einem Plan. Bei dir? Kärzchen, weil es in jedem Haushalt Kärzchen hat. Für das tolle Ambiente. Musik 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 Nein! 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 Wo, 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 wo! Leute! Was ist denn hier los? Werdet ihr euch wieder mal nicht einig? Ja, sie wollen nur ungesundes Essen. Alles Tiefkühlzeuge, die man nicht brauchen kann. Das kann man alles selber machen und viel gesünder. Ich würde sagen, ich spreche dem zu. Ab zum Früchte und Gemüse. Jetzt kommen wir noch hin. Hopp! Die Shoppingtour ist beendet. Letzter Programmpunkt. Die Bank Glehr. Mit allen fünf Kandidaten zusammen. Nach diesem wunderbaren Aperon sind jetzt alle fünf Kandidaten ihre Wohnung am Beziehen. Und auch du willst wissen, was in den nächsten zehn Tagen in dieser Wohnung so alles passiert. welche weiteren tollen Gäste bei mir Platz nehmen werden. Welche coolen Challenges, die wir veranstalten werden. Und, und, und. Der schallt täglich ein. MUBA Live. Die Live-Show. Direkt von der MUBA 2018. Mit mir. Und hoffentlich dir. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.